Der 11.11. ist schon wieder ein paar Tage her, doch der Hohenleubener Karnevalsverein hatte am Samstagabend zu einer besonderen Faschingsgala eingeladen. Im gut gefüllten Bürgerhaus der Stadt fing es erst recht harmlos mit einem Showtanz der Funkenmariechen an. Doch es waren weniger die Frauen, die zu dieser Veranstaltung im Rampenlicht stehen sollten. Zum 15. Mal konnten die Besucher hier nämlich einen Männerballettabend erleben. Insgesamt neun Karnevalsvereine aus der Region traten mit ihren Choreografien gegeneinander an und brachten die Halle zum Beben. Passend zum Thema Griechenland sorgte etwa der Karnevalsverein aus Berga für Stimmung. Modern wurde es dann im Anschluss mit den Karnevalisten aus Vaida. Jump Your Style war ihr Motto und der Name war Programm. In spezieller Mission unterwegs waren die Jungs vom A-Team A wie Apolda. Mit den vielen verschiedenen Showdarbietungen sorgten die Männer vor allem beim weiblichen Teil des Publikums für Begeisterung. Über 300 Vereine in Thüringen beweisen, dass man das Spaßige im Freistaat durchaus ernst nimmt. Und auch der Männerballettabend zeigte, dass man für das Nährrische hier viel übrig hat. Und die war super, aber das wissen wir jetzt, wenn wir es lernen. Und die war super, aber das wissen wir jetzt, wenn wir es lernen.